So Leute, ich bin's hier wieder einem Mann und ich habe eine schlechte Nachricht für euch, ihr wollt alle fitte bis hab gesehen ich weiß, ich weiß nur ist es mir ein kleiner Fehler zu laufen, ich hab die Aufnahmen gelöscht ähm ich weiß nicht wieso oder ich weiß nicht warum oder ob ich sie gelöscht oder ob das irgendwie anders war ich hab keine Ahnung und jetzt habe ich hier mein privates Let's Play Hintergrund nur mache ich jetzt gerade hier irgendwas und ja also es tut mir leid dafür dürfte durch schreibt es hier auch die Stärkung der G 꺾ier um alle PR liegt nicht der Drucke der Dr Poek jetzt in die Kommentare schreiben was als nächstes hießen kommen sollte und ich werde auch wenn er nicht sein das bleibt die Fresse ich werde alle nennen soll ich also hier am besten zu hin spät egal als schwanger Tschüss.